herrte und herzlich willkommen zum sechsten Köln das Bettloss Adventskalender ist heute mit dabei ist der CD Play und sie haben hallo so habe ich noch ich habe schon genug Blöcke um sie nicht zu kommen müssen wir auch durch ein Publikum doch sie doch nicht um sie wie die ersten ich habe gerade einen Penis gebaut ja klar aus Versehen oh oh das wollte ich nicht wir sind die ersten oder? ja wir sind die ersten ich glaube schon ich habe gleich viel Gold Rüstung nein da ist einer mit Schwert ich komme ich warte lauf 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 obwohl der ist nicht gut hallo oh tschüss so nein sie nicht ok gut shit ich sterbe ok bin tot aber ich habe einen Bogen ok so ich riss Bogen nicht so oh das wird mir richtig schnell von Hände gehst naja ich werde zack 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 ok erstes Bettloss weg wenn ich unten sage jetzt hoffe ich ähm so blau müssen wir holen hier blau 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 hast recht dass das eine schnelle Runde wird ja blau au der hat mich einfach runter geworfen warte ich geh zu denen ok passt ich töte die du denen bei uns boxen wie schaust du das der bei uns irgendwie respawn ich extrem lang oh komm 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 schaff mir das ich weiß nicht ich seh nichts oh bist du tot ok wo es gibt nur noch den blauen wo ist blau wo ist blau da ist blau da werde ich aber noch nicht drüber gehen ok dann gehe ich schuld ich rechne du mir wohl warte ok doch nicht so du bist eh doch ok ja ich hab'n Bogen ich hol' Gold für'n Bogen also ähm da ist nix da ich hoffe mal die haben keinen so jetzt hab' ich ja kein Problem auch so da runter so ich hol'n'n Bogen so so soll ich dir irgendetwas mitbringen hm ich kehre dir die gerade auf dich ok ohr leckt er oder ich lecke oder irgendwer wenn du schaust dann scheißwissen ich bin ganz ausgeschieden es hat ein bisschen geläht ah ja dann wird dich die doch was solltest du schaffen ok der eine hat nur noch ganz wenig Kerzen schätze ich und dann hängen wir einfach noch mit dran ja gut da sind wir oben ok den ersten hab' ich ja aber ich hab' keine Spitzhacke oh so ich bin mal vielleicht schaffst du's auch von da das Bett abzubauen so den ersten hab' ich es lag' grad extrem und ich weiss nicht hab' ich noch jetzt fliegt irgendwie okay er hat nur ein Ball nein oh nein ok kann man auch nichts machen das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein kleiner Fail von uns aber egal okay wir machen noch eine Runde oder? hm denk schon ja klar bis gleich warte bist du noch da du bist noch da ja ich bin noch da alter ich sag's dir ok sag du mal so was jetzt so nächste Runde ja tippis nein ist intim genau tippis so und dieses Mal ja kommt keine Nachbarn aber ich komm' oder nicht ich weiß das nicht ok ich komm' nicht so gleich ein bisschen Irun nehmen so nein das nicht so wohl ähm willkommen bei die ersten ich hab' damit geschenkt für dieses Mal kommen sie auf mich also geschenkt aber wird das ja so ähm wir gehen so die Krise nicht geschlossen weil die gehen einfach darüber kommst du aber nicht mehr zurück nee nee rot sterb ich auch komm' nicht ich hole mir einen hast du eine Spitzhacke ja das ist toll ähm ich höre irgendwelche Blöcke platzieren ich hab' einen Brustpanzer ich hab' einen Brustpanzer ähm und ich geh' zu türkis bin aber auch nicht da ah ok 7,6,5 oh rot kommt auch aber das ist nicht türkis sind da echt scheiße kommt halt nicht bei uns aber rot 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 aber es sieht mich nicht ich hab' einen türkisen komm dann ist unser mit dabei ne komm' alter wir sind gerade mit meiner Verbindung los zu äh ich hab's geschafft rote der rote ist auf unserem dach ich kann er kann er da rein nee der kann nur von siehst du ihn auf unserem dach ich bekomme den echt das ich sehe aber hab' oh loll da ist ein da ist ein pinker wo kommt der denn her wo kommt man das ist hallo so ähm pink ich bin bei rot ich bin bei rot ich hab' den Bett nicht nein bist du gestorben nee ich kann ja ich kann ja nicht mehr und auch bei mir geht mein so den einen habe ich sind alle tot nee ein roter ist noch da wo ist er war das hier vielleicht bei uns nee oh vielleicht auch ich glaub' nicht ok bei denen ist er glaub' ich nicht mehr ich hab' ihn nicht gesehen sagen wir mal so ich hab' ihn auch nicht gesehen guck mal rauf zum Bett ne am Bett dürfte nicht sein muss nicht sagen so ich geh' mal zu ok ist nicht am Bett ich geh' ähm pink ja ok mhm ne brust kaufe ich mir ok ein schwert so ich hab' ihn ja perfekt so und noch irgendwas kaufe ich mir blöcke soll ich dir ok nee diesen kaufe ich mir jetzt nicht schon wieder ähm ja sonst 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 weiß ich nein ich komme nein den hab' ich noch nicht hat der andere ein schwert bin groß destroyed ok ok dieses toll ja sind jetzt bärte tot ja es ist nur noch zu blau haben wir eine verbindung ne aber ich mach' einen ok ganz alleine ich hab grad nur 3 konstant 30 fps hatte ich auch noch nie äh hast du ne gute brust oder ne schlechte brust oder ne gut die beste dann mit laner brust ne gute milch brust so gleich 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 eh wir bauen da schöne brücken na so ein low hand 2 ich glaub' das spielt zum ersten mal minecraft ok was gibt's noch äh stein so ne gelb hat bocken nein der schießt pass auf was hat gelb gelb hat einen bogen ähm aber die werden von beiden seiten belagert was sind wir denn grün ja sag ich doch ne geh weg wir können uns versuchen so eine mauer da zu machen gleich warte ich kauf dir was ich kauf dir was überrasche so ne das wollte ich nicht so komm her da äh da da so eins war zu viel eins musst du mir wieder zurückgeben halt die schuhe ab ich tischen wirklich ah ja perfekt so eine mauer da schießt mich ab die haben beide ein jetzt schon wie ab jetzt kommt du ach so weiter schießen jetzt und um das optimale würde ich mal sagen da hat diese sind jetzt vorab gekommen ja mach nicht so oft wir müssen irgendwie einen weg bauen mache ich grad gleich wart 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 der schießt wieder auf warte kurz mhm oh geh weg geh weg geh weg machen wir mal einen speedtrank ich mache mir mal einen heilungstrank äh von ok vier heilungstränke äh wo bist du da da und da hast du noch so wie viel kostet noch mal FNS hm FNS 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 da war es da können wir die ganze so ein fliehen den stil jetzt war ich fast runter gelaufen legst du gerade ok wurde gerade in skype angerufen deswegen war es so leise ja ne das könnten wir machen ein horseball ich würde sagen eine angel kaufen ne angel ich nutze die ganzen nightdams einfach nicht ich nutze eigentlich meistens einfach nur schwertspitzhacker rüstung blöcke essen ja ähm wie wärs wenn wir uns ähm von hinten zur orange anschleichen und die zerstören mal wenn wir es schaffen oh ok ähm ja ja würde man sagen ja die ganze Zeit an die Spellern jetzt er dann geöffnet so 6 und ein wenig der Sorte husch dann habe ich davon warte wenn wir hm da ist rote rät da ist rät so den Hund ah der hat uns das Bett abgebaut der schlager 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 natürlich gewusst wollte ich nur testen vielleicht wenn wir hier sneaken dann sehen sie uns nicht ich glaub die die werden sich jetzt auf uns fixieren machen sie auch machen sie auch ja 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 so block ich mach da jetzt mal ein warte ich gehen einfach außen rum achso bist du warte würdest sagen oder schlager ich 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 warte nicht mal zurück mit warte oder dann mach ich das auch so oder der eine geht von der einen der anderen von der anderen Seite stimme stimme ja ok machen wir ok dann renne ich zurück der anderen Seite schlager schlager es ist sogar noch ein oranger da wenn es tut dann so rüber drückst du denen nee der spamt einfach bis zum ende auf das ist das traurig eigentlich dass der einfach nicht machen was man will wo ich habe so viel eisen ich könnte mir so einen komischen trank machen auch der unsichtbarkeitskrank da ja du stinkst ich hab dann noch zu mir geschrieben ok ich ich stinke hat wer gesagt er stimmt auch nee so jetzt vielleicht gleich unsichtbarkeitsdrang unsichtbarkeits um aua jetzt aber die sehen dich aber obwohl ich weiß ja nicht warte das schaffe ich das schaffe ich bist du schon dort nein ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich er sieht dich er hat dich gesehen hast du die rüste ich bin unsichtbar gewesen ja ich hab ihn so ich komme ich komme und der andere gelbe ist da mit da mit da helft mir ja easy geträgt ich kann ich habe auch eine geile runde das war eine geil runde ja ich hoffe sie dies wie immer in der Beschreibung und lasst auch bei mir einen Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.